Hallo zusammen, ich bin Herr Moselé. Ich unterrichte den Ukulele. Das ist das Ding hier. Die Ukulele ist ein Seiteninstrument, gleich wie die Gitarre. Man kann die Seiten so anspielen. Und schon kommt der Ton raus. Man kann so drüben schlagen. Schon kommt der Ton. Bei den Ukulele begleitet man gerne Lieder. Zum Beispiel das hier. Wir warten auf die Sonne. Wir haben endlich die Sonne gesehen. Wir haben alle surfen. Das ist die blaue Schule. Wir haben gar keinen Regen und keinen heissen Tee. Wir wollen gut surfen auf die Bühlersee. Man kann aber auch Melodien spielen. Zum Beispiel so. Oder beides miteinander. Tschüss zusammen! Tschüss zusammen! Bis zum nächsten Mal.